Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retrograde Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja hallo Leute und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Yo, heute, wir mal ein anderes Spiel. Heute spielen wir das hier. Es heißt Retrograde Arena. Ja, alle mal A drücken. Ich erkläre mal ganz kurz das Spiel. Unser Ziel ist es, andere in diese roten Blöcke reinzuschießen. Waffen machen keinerlei Schaden, außer dass sie einen wegballern. Blaue Wände sind safe. Von gelben prallt man ab und einer rastet da gerade komplett aus. Das bin ich. Ich bin hierfür. Ja, rote Wände bringen einen um. Blau safe. Gelb sind so gesehen Jump-Pets. Und hier gibt es verschiedene Spielmodis und verschiedene Waffen. Und ich denke mal, wer das Ding da kriegt, der hat gewonnen. So, ich habe den Sniper. Tschüss. Nein, nein. Hallo. Ah, man muss erst dieses Ding da einsammeln. Oh, wir müssen, wir müssen Sni, wir müssen Sni weiter eliminieren. Wir müssen Sni eliminieren. Dann kriegen wir einen Punkt, Kai. Wir kriegen dann einen Punkt. Ich eliminiere mich. Ja. I'm the King. Ja, damit. Ich will auch mal. Also, man kann vorher nicht sterben. Der ist schon wieder, der Dreckige. Warum ist mein Partner tot? Weil ich ihn selber umgebracht habe. Hilfe! Hot War! Sag mal, kommt meine Schüsse überhaupt mal an die an? Ja. Ja, er hat sich selbst umgebracht. Jetzt hat er den Schult weg. Nee, ich habe ihn umgebracht. Mit Hot War, das war in diesem Fragezeichen drin. Ja, wir sind alle so eine kleine Drohne und ja, wir schließen uns gegenseitig ab. Ich habe eine Flakkanone. Ich habe mich selbst. Nein! Lass mich das Ding doch wenigstens Feuer kriegen. Komm, Sani, lass auch mal einen anderen. Sniper! Wieso hat der dreckige Eing... Weißt du, der ist nicht nur groß, er kriegt auch noch ein Schild drauf. Deine Schüsse werden noch extra verstärkt. Groß ist ja sogar ein Nachteil. Du bist ein leichteres Ziel. Und ist das ein riesengroßer Nachteil, wenn du jeden von uns mit einem Schuss wegballerst? Oh, scheiße. Ja, 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 komm, ich will! Ja! Jetzt bin ich der Fiese! Und was habe ich hier? Neen Schild! Das ist ne Barriere, womit eure Schüsse zurückfliegen? Ah! Sniper! Nein! Ich pumpe mich! Ich bringe mich nur die Kraft selber um. Das ist schön. Das ist ein schönes Spiel. Wir haben da gar nichts dran zu tun, das Spiel war selber. Wir haben das perfekte Spiel gefunden. Komm! Ja! Nein! Ich töte zuerst den Sunny! Okay, der Kai ist ja keine Bedrohung. Ich bin in meinem eigenen Spiegel... Ich bin in meinem eigenen Spiegel zum Abfall gefallen. Ich sehe nur noch Schüsse! Shotgun! Komm da oben wie raus, du Feigling! Imploader! Nein! Was ist ein Imploader? Oh, das ist ein Granatenwerfer! Warte mal, ich will kurz was hier... Ach, ihr könnt mich ja gerade eh nicht töten. So. Was können wir nicht? Ja, ihr könnt ja einen... Okay, der Böse! Nein! Den schaffen wir! Einfach drauf! Warum ist der tot? Ich bin in den rosen Teil gefahren, in die rote Wand. Nein, nein, nein! Abfall! Wer hat das Gegenteil sich ausgeschaltet?! Wer hat jetzt gewonnen? Mein eigener Rückschluss fehlt. Ich hab keine Ahnung. Sniper! Oh, ich hab das... Nein! Ey! Ey, ich hab das Ding getroffen und gleichzeit ich Sunny umgebracht! Zwei Erfolg... Erfolgserlebnisse... Ja, es geht eh nicht vorbei, bevor einer das Ding einsammelt. Nein! Schieß doch nicht in keine Richtung! Wieso? Er bringt sich eh selbst um! So wie ich gerade? Hier! Barriere! Barriere! Schieß dich selbst ab! Ich glaub das sind Reflektoren. Ich weiß nicht mehr, was ich für eine Waffe habe. Du hast eine Sniper... Ne, das ist eine... Imploader, das hatte ich gerade eben. Das ist so ein Granatwerfer, den musst du loslassen. Da kommt so eine riesen Explosion. Wir dürfen scheinlich nicht gewinnen lassen. Das darf nicht passieren. Ach, kann ich nicht. Ich will aber... Nein! Ich hätte ja gerne zumindest die Zeit gewonnene Runde. Jaaaa! Komm, das muss ich schaffen, dass Kai keine runter gewinnt. Eigentlich hatten wir... Hast du meinen Schuss... Kannst du meinen Schuss abschießen? Ja. Komm jetzt, verreck! Komm! Gib ihm! Er ist immer noch nicht tot! Nein! Jaaaa! Halleluja! Aufsache Kai krieg ich keinen Punkt! Komm! Ich hol mir einfach direkt die Shotgun! Ich war jetzt schon wieder tot! Jaaaa! Ich muss mich an den Rückstoß gewöhnen! Jaaaa! Jaaaa! Ich glaub, während du den Schäd hast, kannst du gar nicht sterben! Ich bin wieder tot! Ich bringe mich jedes Mal selber um! Pass auf, wie eck ist viel! Wir haben... Wir haben das perfekte Spiel für Kai gefunden! Imploader! Joaaa! Verreck! Hat das überhaupt irgendwas gemacht? Das hat ihm Schild Schaden gemacht! Jaaaa! Ich hatte auf einmal so'n Acclarator und dann bin ich auf einmal 5 Meter weiter geflogen! Hey, wir können es Heidi nicht gewinnen lassen! Hä?! Hast du gerade gesagt, dass wir keinen Punkt kriegen?! Hauptsache, du gewinnst nicht! Nein! Nein! Mein Punkt! Scheiße! Nein! Der hat einen Punkt! Nein! Das mag nicht passieren! Mein Punkt! Nein! Ich hab's aufgemacht und mich instant umgebracht! Ich auch! Lackkanone! Erstmal den da loswerden! Ey! Warum? Wenn du länger lebst als der da! Ich muss ihn fertig machen! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Ich hab ne Sniper! Das schaffst du nicht! Ja, ich werde dich selber töten! Ich versuche mein bester! Oh, die Sniper! Die sieht so extrem groß! Wui! Ja! Und der Sniper! Jaaaa! Der Knockback ist halt echt übel! Jaaaa! Der Knockback ist halt echt übel! Jaaa! Wir haben unser neues Lieblingsspiel gefunden! Jaaaa! Gewonnen! Wow! Moving Target! Shining! Sniper! Shining! Nothing fancy! Sun Raider! Jaaaa! Jaaaa! Ich... Ich brauch keine... Ich hab Level 2 erreicht! Ich hab Level 2 erreicht! Normal! Ich auch! Auch Level 2! Komm! Nächste Runde! Ich find das Spiel klasse! Das können wir euch öfter spielen! Wuiiii! Ähm... Jetzt mal... Last Man Standing! Was heißt das hatten wir ja gerade? Äh... Ich... Ich komm! Ich will hier! Barriers on demand! Überall Barrieren ohne Ende! Das kann doch nur lustig sein! Sniper! Sniper! Und? Wer hat's? Sniper! Oder? Jaaaa! Last Man Standing! Einfach... Der letzte übrig bleibt gewinnt! Boah! Aber nur mit Snipern! Ich hab wieder so'n Accluator! Was ist passiert? Wir haben uns... Wir haben uns beide selber umgebracht! Doch was ist dieser Accluator? Ja! Und ich hab mich wieder... Ich hab mich damit selbst getroffen! Ich komm mit dem Knockback nicht zurecht! Ich bringe dieses Mal selber um! So, ich hab ne Sniper! Achso, das ist die Standardwaffe hier! Alles klar! Glaub ich auch! Nöhöhöhö! Uaaaahhh! Heheheh! Heheheh! Accluator! Was machst du? Zaddi! Dann kann ich ihn selbst mal treiben! Okay! Es ist ne tolle Waffe! Jetzt füllen ich ab und zu! Oh! ACH! Ich habe einen Schuss abbekommen, dann geht's dann drauf. Nein, lass das! Schwedig! Schwedig! Ich will das aber! Warte mal, überbande! Die Barriere selbst macht nichts, die macht nur, dass die Schüsse zurückfliegen. Der Accelerator, der beschleunigt sich die ganze Zeit, der fliegt immer noch rum. Ja tschüss, tschüss! Also ich habe nur gesehen, dass Sunny sich selbst getroffen hat mit der Waffe und dann üh, wenn sie weggeflogen ist. Also mit der Waffe darf... Ja genau, das wollte ich ausprobieren, genau das wollte ich halt ausprobieren. Also mit der Waffe darf man nicht direkt treffen. Habe ich das richtig verstanden? Ich helfe mir nicht. Wieso gewinne ich die ganze Zeit dadurch, dass ihr euch selbst so bringt? Ich will auch kill. Weil der Lockback vom Sniper einfach irisch nervtötend ist. Und so, jetzt einfach irgend... Oh, ich weiß, wo ich reinschieße damit. Das hatte ich nämlich auch gemacht, da war ein Reflektor. Da hat mich die Eigenwaffe getroffen. Und dann bin ich da reingeflogen. Weil ich ging in die Bahn, der hinter mir geflogen bin. Warte... Ja, ich habe ihn getroffen! Ich habe da reingeschossen und der ist dann ewig lang rumgeflogen und hat Kai erwischt. Jawoll! Ich habe da gesehen, wo der herkam. Und dann bin ich irgendwie... Dann bin ich die ganze Zeit dazu finanziell gebaut. Ja, ich habe Fehler gewonnen, ich habe ein neues Leben gespielt. Ich wollte eher in die B. Ich finde das Spiel gut. Hä? Oh, sag mir nicht, die werden jetzt gleich zufällig irgendwie... Ne, das sind glaube ich... Ja, die kommen zufällig hoch offenbar. Ja. Ja. Nicht zufällig, die kannst du... Beschw... Die kannst du platzieren, indem du... In der... In den Ecken auf die... Teile drauf gehst. Aaaah. Flakkanone! Okay. Oh, Kai ist tot. Der Mirror hat mich erwischt. Ich dachte, ich wäre noch vorbei gewesen. Wo ist der Accelerator, wenn ich ihn brauche? Der wird auf der Map bestimmt mega witzig. Ah! Warum... Das war nicht geplant. Okay, ich glaube ich nicht... Das war so nicht geplant. Vielleicht lege ich den Controller einfach mal seite hier. Ich schaff das eh allein. Erstmal den da los wäre. Warum? Der andere hat es schwer genug. Ich komme, Sunny! Oh scheiße! Ich hatte zu viel Trae drauf. Ich habe mich fast selbst unterbrach. Implode! Hilfe! Tacke! Ja! Er hat keinen Punkt gekriegt! Oh, ich hab was Schönes! Achtung! Da fliegt was rum! Wen wird's erwischen? Wer wird sterben? Ja! Es hat Kai erwischt! Nein! Mein eigener Sniper hat mich umgebracht noch! Oh Gott! Da will ich nicht hin! Weißt du was Schönes? Ich habe auch noch einen! Ach! Die verschwinden aber auch irgendwann! Achtung Sunny! Da kommt was! Das war schade! War nicht stark genug! Komm! Ich will nochmal so einen Accelerator! Die sind lustig! Ja, sind sie wirklich! Doin! 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 Ah! Die Flakkanone hat keinen großen Rückstoß! In der Flakkanone kann man ein bisschen sicherer schießen! Wachst dich ja nicht! Ich weiß nicht wovon du redest! Ich habe gesagt, wachst dich nicht! Ich hatte einen Mirror! So Kai, jetzt hole ich dich! Nein! Geh weg! Muss ich das überhaupt? Ich sag' eh selbst so! Accelerator! Stopp! Komm! Bounce rum und erwisch ihn! Nein! Nicht mich! Nein! Wie ist das denn passiert? Mein Sniper ist nicht durchgegangen! Hä? Ich habe gerade gar nicht gemerkt, wie Kai gestorben ist! Der hat sich ja wieder selber umgebracht, weil er mit dem Sniper zu weit zurückgefahren ist! Also wenn ihr wirklich sicher schießen wollt, Flakkanone! Ihr fliegt da echt nicht weg! Ah! So meinst du? Ja! Oh Mann! Ich habe nicht eine Runde gewonnen! Der wird nie gewinnen! Watch War ist auch lustig! Oh! Oh! Damit! Oh! Ich bin tot! Ja! Da kam auf einmal so ein Accelerator! Nein! Die eine ist Bounce! Die andere Bounce nicht! Ich snipe den jetzt einfach weg! Ich wollte auf das Scheißteil raus! Nein! Nein! Zielen! Dann krieg ich auch weg! Zielen erleben und Wecken! Die Sniper ist halt mega stark! O Gott! Ach wohl die Kugel! Wollen sie? Ja! Ich! Ich! Hilfe! Nein! Ach! Selber! Das ist blöde. Komm! Ja! Nein! Komm, bitte! Ich muss es schaffen! Ich muss sie kriegen! Ja! Ih, der Mirror geht ja auch durch die Wände durch. Das ist ja fies. Ja, aber der hat halt keine Physics, aber dafür kann er... Oh, ich hab mal schief mitbekommen. Was zum... Ich hab nicht mit der Mirror... Der Mirror hat seinen Schuss zurückgeworfen. Von wegen der Mirror hat keine Physics. Ja, der Mirror, da ist nur Schüsse zurück. Wer macht denn nicht? Nee, der baut dich auch selber weg. Nein! Lass das! Ja, ja, Leute. Auf wen tippt ihr? Also ich würde sagen, der Favorit in diesem Match ist gerade Kai. Ey! Lass dich! Sag ich doch! Haha! Yay! Ach, ich hab schon wieder den Imploader! FWC! Ja, aber mit den trifft man so schlecht! Ja, aber das stimmt. Uh! Ich weiß, was ich nehme! Oh! Ach, Gott, Gott! Vielleicht kann ich ja einen damit... äh, einen von euch... Och, ich hab sie aus der See weggeworfen. Ich wollte einen Mirror zu euch runterschießen und hoffen, dass sich einer dadurch selbst umbringt. Ne, den sammle ich nicht, denn der ist mir zu nah an der roten. Und wie lange muss man in der Scheißlinien aufladen? Ja, fahr da rein! Ja, fahr da rein! Habe ich schon! Habe ich schon! Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Aufnahme. Wir sehen uns bei der nächsten. Wir nehmen jetzt, glaube ich, noch eine Runde auf. Uff, wir finden das mega gut! Hehehehe!